Du hörst mich doch mal, warum? Warte mal, komm mal. Alter, was machst du denn? Oh, Patrick? Ja? HÄR OFF! Oh du bist... Okay, wenn du erst stealst man, dann ist Krieg. Ich hab mich schon gestealt. Kannst du mir gleich gleich zurückgeben. Nee, das geht so nicht. Okay, hier liegt einiges, kommst du irgendwo hin. Zum Missgebot, du bist mich nur locken, Alter. ARD Text im Auftrag von Funk Hey, meine lieben Freunde! Willkommen! Rewi! Hast du eigentlich schon mein Haus gesehen? Das ist richtig scheiße. Findest du das kacke? Ja. Komm mal hier hin. Ich hab das schon gesehen. Aber guck mal, bei mir mit... Also ich hab Dandelion drin, das sieht voll heftig aus. Jeder sagt, das sieht zerstörerisch aus. Weißt du, wie das aussieht? Wie? Kennst du so aus Holland diese Ferienparks? Ja! Also nicht so... Also Bungalos. Nee, nicht so Bungalos, sondern so Familienhäuser. Komm mit, das ist doch mein Ziel, das soll ja gemütlich aussehen. Hä? Okay. Kannst du mir nicht sagen, dass das kacke aussieht. Nein, das sieht nicht komplett kacke aus. Aber zum Beispiel, was ich verlustig finde, ist hier dieser Raum. Guck mal, was... Warum ist denn nur zwei hoch? Was kann man hier machen? Was ist das hier? Ja, das wird ja noch eingerichtet. Ja, weil der ist nur zwei hoch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Dann müsste ich das komplett umgestalten. Das ist richtig viel Arbeit. Dann Leute können ja mal in die Kommentare schreiben... Du Hurensohn. Das war ich nicht. Ja, ja. Dann Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, wie das Ding gefällt. Du hast voll den Hammerbogen, oder? Ja, der ist nicht schlecht. Wunder, mein Schockgesell. Ich geh jetzt mal ganz zu den Villager hinten hin und... Ja, die Villager sind voll nice. Trade ein bisschen Shit. Ich hab nämlich jetzt extra viel Papier gemacht. Genau, ich... Ich hol mir jetzt erstmal hinten bei den Villagern hier vorne, die gerade neu gefarmt worden sind von Nico. Äh, bisschen Shit. Also so... So... Emeralds und diese Hurensohn, die haben einfach die behinderte Sprache der Welt, ne? Ja. Richtig so Kurdisch, ne? Ich weiß nicht, ob das Kurdisch ist. Könnt doch... Könnt doch Albanisch sein. Ja, könnt... Ja, ne, das würd ich ja verstehen dann, ne? Macht klar. Ja, okay. Meinst du, das ist Kurdisch? Das sind Kurdisch... Immigranten. Ja. Okay, ich versteh das schon, Petret. Ich würd gerne heute mit meinem Hausbau anfangen. Endlich mal, ne? Ähm... Ohne Witz, es wird... Ich hab jetzt wieder alle Rohstoffe, die Manuel und Peter mir geklaut haben. Wo ich immer noch nicht weiß, wo die sind. Schreib mal bitte in die Kommentare, wo die die versteckt haben. Die sind einfach weg. Die sind einfach weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Ähm... Wo ich da suchen soll. Ich hab jetzt vier Emeralds. Mit vier Emeralds. Mal gucken, ob ich damit was bekomme. Wenn nicht gleich mal bei Nico welche. Der weiß Bescheid. Ähm... Ja. Äh... Muss ich auf jeden Fall mal gucken, Freunde. Äh... Wie ich jetzt oben anfange. Ich hab jetzt schon so ungefähr einen Plan. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch heute ein bisschen schon was daran machen. Ach, bist du sicher? Ne. Digga, der will 19 Kohle haben. Was für 16 Strings. Das ist auch das Gute eigentlich. Die wollen hier richtig coole Sachen haben für Emeralds. Ja, aber manchmal... Ich find das schon ein bisschen günstig. Manche Sachen sind cool. Die kann man so ein bisschen kombinieren. Mit Kohle kannst du Emeralds holen. Und dann direkt die ja. Genau. Ich hab jetzt erst mal Papier gemacht. Weil Papier mega ease ist. Aber ich glaube mit Kohle kann man auch richtig viel handeln. Und der eine will nur Zombie-Gehirne haben, Alter. Ich weiß nicht, was man mit Zombie-Gehirne gehören will. Hast du viele? Hm, ich guck mal. Also ich bin gerade dabei. Glaubt für 40 Stück und dann gibt er dir einen Emerald dafür. 40 Stück, ne. Der alte Schlawiner. Ich hasse Creeper ohne Witz. Creeper sind die abgefucktesten Wichser in ganz Craft Attack, ne? Nein, das sind die abgefucktesten Dinge in ganz Minecraft, Alter. Söre, Creeper, derjenige der das entwickelt hat, ist echt ein böser Mensch, Alter. Ja, der hat eine Seele aus Styropor. Aus Pimmel. Warum sag ich das? Aus Styropor? Er hat einfach eine Seele aus Styropor. Oh nein, ich werde wieder behindert. Ich werde. Er wird einfach behindert. Ich könnte es einfach nicht kontrollieren. Sechzehnt Marag... ...will der haben für diese Scheiß-Rüstung. Der Hurensohn. Boah, was für eine Rüstung. Boah, ich fiste dich. Willst du mich verarschen, Nigga? Der will... Halt die Fresse. Oh, wo ist denn Bone-Meat? Ja, da. Der sagt die ganze Zeit Magnu. Magnu? Digga, vielleicht. Halt die Schnauze, Mann. Was willst du von mir, Carl? Dummer Trottel. Will er hier? Oh, Junge. Boah, ich hau dir gleich eine rein, Petrit, ne? Ich hau dir gleich eine rein. Der geht mir so auf den Sack, der Spasti. Boah, Junge. Halt die Fresse. Ich komme gleich und töte dich eh. Mich? Nein. Schon gut? Was ist los? Ey, das hat Behutsamkeit. Das brauche ich eigentlich. Behutsamkeit ist geil. Das hat auch... Ah! Das hole ich mir. Das hole ich mir. Ich muss mir nur ganz viele Emeralds von Nico klauen. Das ist okay. Der weiß Bescheid. Also hoffe ich doch mal. Meinst du? Ja, ich mache dein Schildchen oder sowas. Ich glaube schon. Also ich habe mit Nico schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt vier Emeralds selber gefarben. Den Rest werde ich dann offscreen irgendwie farben. Und dann, Freunde, geht es endlich los oben mit dem Häuslebau. Ich freue mich. Den Häuslebau? Ja, ich freue mich richtig, Alter. Ich freue mich richtig. Das Haus wird aber nicht besser als meins. Meinst du? Meinst du? Nein, nein, nein. Also ich meine, dein Haus ist schon... Wie kann man das denn vergleichen? Weil ich will so ein gemütliches Haus und du machst vielleicht so ein modernes Haus. Weißt du? Ne, ich mache so eine Raketenabschlussbasis, die auf dein scheiß erbärmliches Land Raketen schießt. Habe ich mir gedacht. Meinst du? Meinst du, dein Haus wird noch lange da stehen, wenn das fertig ist? Patrick, wenn du irgendwas an meinem Haus machst, ne? Komm persönlich zu dir. Wer erinnert sich noch an Staffel 1? Das wird so. Hahaha. Patrick, glaub mir, mein Freund, wenn du irgendwas mit meinem Haus machst, ich komme zu dir nach Hause gefahren und zertritt... Alles kannst du machen. Sogar, guck mal. Marc ist gestorben. Mein Hund ist tot. Alles haben sie mir weggenommen. Alles. Die haben mir alles gestohlen. Alles haben sie mir weggenommen, Patrick. Ja? Und ich werde nicht zulassen, dass du mein Haus noch zerstörst, mein Freund. Weil so geht es nämlich nicht. Okay. Ne. Ja gut. Wenn du meinst. Werden wir sehen. Ich sag mal. Verpisst euch mal. Lass mir die Villager in Ruhe wichse. Du Affen, Alter. Hat Nico eigentlich Diamanten? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Nico hat einiges an. Aber er kann sich einfach nehmen, wenn du nicht vorher gefragt hast. Zum Beispiel bei mir wusste der ein bisschen Bescheid, aber auch nicht. Nico ist mein Bruder. Da braucht man nicht fragen. Ist er nicht. Hat er mit dem gesprochen. Ich muss den gar nicht fragen. So, ich hab mir grad ne dicke Pickaxe kauft. Läuft bei mir! Also mit dem Villager-Shop ist auf jeden Fall ganz cool. Ich hab grad voll im Krieg, Alter. Der Monster. Halt deine Fresse, Patrick. Weißt du wie ich gegen die Skelette alle auf einmal kämpfe, weil ich so getrainiert bin aus der Kindheit? Achso, du musstest früher... Was? Was? Musst du früher in Albanien auch die Leute... Von wem ist das hier? Ey, hast du eigentlich gesehen? Ey, du... Ey, ich seh dich grad. Hier, Rewe. Das gehört den Porks. Ja? Ich hab jetzt Armut-Stories auf meinen Kanal gestartet. Digga, du bist grad ein bisschen am Leggen. Ich bin am Leggen? Weil die läuft, Patrick. Du Leggst. Du Leggst. Weil die läuft vorne und rückwärts. Patrick, du Leggst. Ich lege nicht. Doch, tust du. Hä? Von was? Ja. Ja, ehrlich jetzt. Ja. Nein, du Leggst. Du Leggst. Du Leggst. Du Leggst. Du Leggst. Wie jetzt einfach sagst du Leggst? Wirklich, Patrick. Nein, du Leggst. Du bist ein Dummkopf. Du Leggst. Hä, nein! Hä, du hörst mich doch mal... Warte mal, Kammer. Strat. Alter, was machst du denn? Oh, Patrick? Ja? Hör auf! Oh, du... Bist du behindert? Nein! Okay. Bei Skype hört man ihn auch nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich liebe es auf jeden Fall Folgen alleine zu machen. Hallo? Ey, Patrick, was geht Bruder? Was war los? Ich hab dich grad runtergeboxt. Hast du gemerkt? Ja, ich will meine Sachen haben jetzt. Ja, aber nicht alles. Okay. Wenn du jetzt steilst, Mann, dann ist Krieg. Ich hab mich schon gesteilt. Dann kannst du wieder gleich zurückgeben. Nee, das geht so nicht. Okay, hier liegt einiges. Kommst du hier holen. Das ist ein Missgebot. Du bist mich nur locken, Alter. Nein, komm hier holen. Wirklich. Ja, ja. Komm hier holen, liegt hier. Ja, ich renn ja schon. Schimmer. Lass mal schneller, du kleiner Wichser. Welchen Bogen nehm ich mir denn? Ich glaub ich nehm mir die beiden. Wo bist du denn? Hier unten, da wo ich dir runtergeboxt hab. Wo hast du mich runtergeboxt? Du dummkomm. Wieso? Hast du das Kaninchen? Oh Petra, du hast ein Problem, Alter. Warum? Was? Was hab ich? Kaninchenfleisch? Ja. Oder Fell? Keine Ahnung, eins von beiden. Nee, Fleisch und Fell. Beides. Was? Nein, ich brauch das. Nein, brauchst du nicht. Doch. Du hast ein Problem. Nein, verschwinde. Du bist Geisteskrank, Alter. Ich hab kein Problem. Ich will einfach Kaninchen. Ich will das einfach bei mir haben. Nein. Doch. Nein, du bist mir hindert. Du bist nicht. Ich klau das jetzt von dir. Nein, machst du nicht. Du bist geisteskrank. Verschwinde. Ich bin nicht geisteskrank. Ey, ich wollte in der Folge mit meinem Haus anfangen. Guck, die Folge ist jetzt schon wieder fast vorbei, Alter. Ja. Hä? Jedenfalls hab ich es jetzt geschafft, in dieser Folge eine super geile Pickaxe zu bekommen. Ja, super. Ja, was super, was? Ich hab meine Küche gebaut in der Zeit. Willst du kämpfen, Petra? Ich bin heftiger als du. Sei ruhig. Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Du hast meine Kartoffeln geklaut. Du hast meine Kartoffeln geklaut. Ja, hab ich. Willst du kämpfen? Du Mist geworden. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Meinst du, ich habe Angst vor dir in deiner Sippschaft? Nee, ich hab keine Angst vor dir. Okay, komm ruhig ran. Du pissst nicht, Mann. Ess deine Kartoffeln. Warum ess du meine Kartoffeln? Oh, weil ich kann. Oh, die sind so lecker. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um die zu ernten, Alter? Kleiner Wichser. Die sind so lecker. Ich hab dir aus Cosmo mitgebracht, Alter. Kleiner Wichser. Und ich bin jemand... Guck mal, weil, guck mal. Bam. Wie ich alle wegficke. Der Zombie gerade hatte keine Chance. Ah, ich brauche Essen. Grevy, gib mir meine Kartoffeln. Petrit, ich habe nur noch sechs Stück. Das sind meine. Ich habe die gebacken, Alter. Mit meiner Kohle. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Willst du mich verarschen? Ja, will ich. Petrit, du hast gerade einen Creeper mit explodiert. Ist eh nicht. Doch, jetzt wirklich. Muss ich noch später beheben. Hast du Angst? Petrit, da war das gar davon als du es tehen. Ich kann nicht sprinten gerade. Echt? Okay. Das hättest du mir besser nicht gesagt. Du Hurensoh, ne? Mich töten. Du bist so ein Indianer, Alter. Missgeburt. Du kannst eh nicht treffen, Alter. Kann ich echt nicht. Du bist wohl schlecht, Alter. Aber was ist denn hier? Warum 2.0, Alter? So ein Käfer töte dich einfach. Du bist behindert? Stopp. Stopp. Nicht angreifen. Stopp. Hör auf. Hör auf. Petrit, hör auf. Nein, hör auf. Hör bitte auf. Ja, okay. Aber gib mir meine Kartoffeln. Hör ran. Nur so kriege ich meine Kartoffeln. Nur so kriege ich meine Kartoffeln. Ich pisste jetzt deinen Arsch. Bist du ja lootest, ne? Wie meinst du? Ja, mein ich. Okay. Ich wollte nur die Kartoffeln haben. Okay. Was? Du Hurensohn, Alter. Ja, mit Kierschwert, Junge. Was willst du machen, Petrit? Es gibt Streit. Es gibt Ärger. Wow. Ich fick dich mit dem Eisenschwert, ey. Stopp, Petri. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt hier den Schluss richten. Nein, müssen wir nicht. Das ist unfair, was du machst. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Meine Varogene gehen wieder hoch. Guck, guck, guck. Wie ich jetzt renne, Alter. Wie ich jetzt hier den. Nein. 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 Chill mal. Nein. 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 Nein! Chill! Nein! Nö! Wenn du kommst, ne? Ich töte dich, du bist tot, ne? Ist dir schon klar. Es eskaliert wieder, siehst du das? Sobald ich mit dir aufmäh, wird man aggressiv. Das sind einfach deine Gene, Petra. Du machst einen einfach so wütend. Du bist... Ah, Petra, du bist ein wütender Mensch bist du. Du hast Probleme in deinem Körper. Geh einfach weg, lass mich einfach in Ruhe. Ich geb dir dein Schwert nach der Aufnahme. Nein, ich will das jetzt haben. Nö. Damit die Leute sehen, was du für ein Arschloch bist. Nö. Ja, man. Okay, wenn du das mal... Ich töte dich, ich töte dich. Nö. Du kannst mich töten, Petra. Das ist mir scheißegal. Ich laufe jetzt mit TNT in dein Haus und spreng mich da in die Luft. Das machst du, ne? Dieser kleine Huresund. Ich ficke dich und deine ganze Sippschaft, du kleiner... Wieso hat der ein Schwert, das Skelett? Was ist mit dem? Ohne Spaß. Hast du das Dierschwert, Petra? Nein! Wie? Das musst du haben. Ich hab das Eisenschwert von mir gekrallt. Das liegt da noch. Du musst echt... Nein! Das Eisenschwert kann nicht sein. Hier liegen drei Eisenschwerter. Eins davon... Ich hab alle drei Eisenschwerter. Du musst das Dierschwert haben, wirklich. Kann sein. Nee, sag's mir, Petra, ehrlich jetzt. Ich weiß nicht. Du willst ja mein Haus anzünden. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann jetzt. Petra, gib mir das. Nach diesen Worten weiß ich nicht. Petra, da muss ich was beschlagnahmen. Petra, gib mir einfach das Scheißschwert. Komm mit, wir sind das Haus an, ne? Ey, übertreib nicht, Mann. Chill doch einfach deine Base. Okay, dann gib mir mein Schwert wieder. Okay? Ich hab kein Schwert. Du hast das Dierschwert. Wo willst du das wissen? Dann komm doch hier. Es liegt da vorne nirgendwo. Wo bist du denn? Nimm doch das Schwert. Gib es mir. Gib es. Hör auf, hör auf. Stopp, hör auf. Stopp, Petra, wir klären das jetzt alles. Hör auf, hör auf. Wir klären das alles. Hör auf. Nein. Du wolltest mein Schwert, du musst mein Haus kaputt machen. Ich wollte dein Haus nicht kaputt machen. Ja, guck, hier liegt dein Feuerzeug rum. Hier liegt dein Feuerzeug rum. Ich hab kein Feuerzeug. Ich weiß. Dann gib mir jetzt mein Schwert und meine Rüstung wieder. Und mein Eisenschwert. Dein Eisenschwert und dein Dierschwert, okay. Petrit, gib es mir einfach alles wieder. Ja, komm doch einfach zu meinem Haus und besuch. Ich bin jetzt und geb mir alles wieder. Einen Schlag und du bist tot. Einen Schlag und du bist tot. Petrit, ich ficke deine Mutter. Komm mit. Ich geh jetzt nicht zu deinem schwulen Haus. Das stinkt nach Kacke. Wir beenden erstmal die Folge und in der nächsten Folge her handeln wir das, okay? Ich ficke dich, kleiner Wichser. Tschüss. Okay, tschüss. J gradắncak und du bist tot. In Facung.